Besuche Coral Cove, ein Base Camp Golf und vor allem eine gewöhnliche Hütte. So ungefähr soll die deutsche Version von diesem epischen Auftrag von Woche 8 lauten. Und ihr müsst also in unterschiedlichen Runden, vielleicht schafft ihr es eine Runde, wird aber schwer sein, drei Orte besuchen und ja, diese drei Orte befinden sich, also der Coral Cove ist zum Beispiel hier, bei Coral Castle entweder hier oder hier, also manchmal kann es sich unterscheiden. Es gibt einen Bug, wo dieser Punkt sich mit diesem Punkt unterscheidet, also müsst ihr beide Orte mal versuchen, aber hier ist Coral Cove, die gewöhnliche Hütte oder Unremarkable Shack auf Englisch ist hier oben über Craigie Cliffs auf dieser kleinen Insel und Base Camp Golf ist hier unten rechts von Catty Corner. Ich glaube das war diese, genau das hier, diese Station hier auf den Bergen müsst ihr dann besuchen, also diese drei Orte besuchen, dann ist der Auftrag abgeschlossen. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal Freunde und ciao.